ist einer denn noch ein schnitzel von euch ne fertig gekocht hier gar nichts mehr mit hat man auch nicht nur nur bären naja ich geh jetzt nochmal hier bären in der nähe pflücken ein ganzes falsches stück hier will des bies following gas gas löschen wo ist neuer weiter plus aufwärts da weiter plus aufwärts supergeil brate kochen kann ich doch nicht im stich lassen ein eisbalken minus ein grad das wird hier jetzt irgendwie ziemlich kalt bringt ein lagerfeuer mehr ja ja auf jeden hier liegt doch noch ein schwein ach nee ja dann lasst uns mal schnell irgendwie ein lagerfeuer machen sammeln sammeln brauchen wir dafür deine holz deine holz ein flint und wood flint kann ich besorgen hier schau mal ohja ich hab hier gerade auch also holz habe ich da ist das für ein stein hier ich brauche noch flint zum tetsch dann hätte ich ja ja komm zurück tetsch habe ich ganz viel in meiner fackel drinnen da kannst du was raus ja genau aber vielleicht kann ich dir gegeben ich den auch jetzt Wind hab ich auch hast du auch schon okay guck mal das ist die kreiber also mir fehlen jetzt nur drei steine ja dann komm her dann geb ich dir die steine wo ist der bratig lass den einfach fallen ich nehme dann ich hab schon hingeschmissen so wo soll ichs hinsetzen? irgendwo hier hier so zwischen ne am kopfende von dem raptor denk ich zwischen Fackel und die wand ja geht nicht ja aber geht nicht ich glaube wir brauchen noch ein zweites Feuer hier oben ist es nicht so krass das hilft nicht ne ne zweites Feuer wie gesagt äh ah jetzt fängt es an zu regnen sehr geil äh 16 stone und 12 tetsch brauche ich sechs steine brauche ich noch dann kann ich nur eins bauen ja ich ne jettet hier ich ne jettet hier ja ne ne bringt auch nichts ne bringt auch nichts bei mir nicht bei mir ist 15 grad ey eine friert immer noch ja muss sie ja wieder aufwärmen langsam komm ich inzwischen nicht weg weil da stehst du die Kommando und da steht grad komm ständig raus also ich bin gleich tot ja minus 15 ja ja mein gott warum ist das denn so kalt hier draußen ey wo ist mein Dino ok ich versuche jetzt nach hause zu laufen ok tschüssi man das gibt's doch nicht exk minus 16 ey was ist denn los hier komm mal an, aber da hast du Temperatur wenn du auf h drückst minim 16 Oh, jetzt hab ich das auch. Kommando, ich geh schnell in dein Haus rein, ne? Doch, da ist kein Feuerholz. Ne, doch, in Lagerfeuer müsste Feuer sein. Macht meinem Dino das eigentlich was? Nee, die Tiere sind ja robust. Jetzt werden sie ja schon ausgestorben. Oh, mir bräuchten die Knochen gerade. Äh, das ist übel. Hast du Essen oder was? Ja, ich bin die ganze Zeit am Fressen. So. Da ist ein Lagerfeuer. Jetzt hab ich schon da gebrochene Knochen. Ja, 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 bei minus 17 oder was. Scheiße, ey. Ich werd gar nichts machen. Ja, also, ja, die Health geht runter, klar. Ja. Ja, wo ist Mandelo hin? Oh nein. Ey, ich hab nur zwei Fackeln an und ein Lagerfeuer, ne? Wo ist Mandelo hin? Genau, zwei Lagerfeuer, das trifft null. Absolut null. Mein Dino dreht total ab da draußen. Scheiße, ey. Boah, ey, Programmierer, was macht der denn für ne Scheiße? Das kann doch nie wahr sein. Da ist ein Lagerfeuer hin. Ja, ist noch da. Ja, die Health geht nach unten jetzt hier in der Kälte, das ist das Problem. Die kippt gleich oben, ich hab echt nicht mehr viel. Ja, ja, die Health geht echt. Jetzt minus 12. Wenn ich die Fackel draußen hab, die direkt am Lagerfeuer stehe, geht's. So, jetzt geht's bei mir, ist nur noch der Eis... Minus 8 Grad, minus 7 Grad. Oh, yo, wird besser. Oh, ey. Der ist das, ne? Jaja. Mein Gott, wir haben's überlebt. Weichei-Flauziehen. Ja und, ich bin lieber fast zuhause als... Ne, wir waren jetzt echt hart an der Grenze, wir hätten alle hier draufgegangen. Wir müssen Fleisch essen. Ne, das bringt nur 20 Punkte mehr, das hat damit nichts zu tun. Wenn kalt ist, musst du dir unterscheiden. Fleisch füllt doch Blut wieder auf. Eben. Äh... Blei... äh, auch... äh... Bärenfüll wieder auf. Oh Gott, nicht weggehend, nicht raus. Oh Gott, am Feuer bleiben. Nur noch gebrochene Knochen. Ach du Schande, ich hab hier ein Dino-Ei gefunden, aber der Bronzo steht direkt daneben. Ja. Versuch den doch mal zu klauen. Hey, da rennt er mir doch hinterher. Ach Quatsch. Krass du, du leihst nicht nur aus. Ja, genau, genau. Ich hätte das Dino-Ei ja gerne. Was fühlst du mir ein Dino-Ei? Diese Gier. So ein Ei halt. Oh meine Knochen sind wieder heile. Das ist ein Ei halt, Hauptsache man hat's. Ja. Meine Knochen sind wieder heile, ich glaub's gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Boah. Und Boris lässt erst mal direkt einen Knödel fallen vor Freude. Boah, der Dodo hat 6 Halt gegeben. Boah. Wir haben morgen gerade den Schluss wieder hier. Du brauchst ein geiler Dodo. Ey, ich hab meinen, äh, meiner Dörte fast alles weggefressen, ne? Aus Angst zu sterben. Ich hab bestimmt 100 Bären gefressen. Also ich wär tot gewesen. Ja. Ohne Scheiß. Und das hast du jetzt auch wieder nicht aufgenommen, ne? Doch, doch. Ich bin dran. Mann, Mann, Mann. Ja. Überlebenskampf hier draußen in der Natur. Weißt du, da willst du nur deinem Tribe helfen und dann stirbst du fast dabei, ey. Kälte tot. Aber das war auf einmal, ne? Bei mir hier oben auf dem Berg auch. Das Ei war so schön grün. Aber Narko-Bären hat dich noch 100 reingepackt, ne? Ja, okay. Hab ich ja gesehen, ja, ja, klar. Deshalb bin ich ja hierher gekommen, weil ihr so rumjammern wart. Das war gut von dir durchdacht, ey. Und das hätte dich fast das Blut mir kostet. Ja, so bin ich. Ohne Rücksicht auf Verluste. Total selbstlos. Ja, ja. Mariela wird schon schlecht hier. Ja, ich hab direkt in die Ecke gekackt. Dafür klau ich euch jetzt hier die Rückstände. Ich höre ein Dodo. Eins der Dinge könnten wir hier zu Schnitzel verarbeiten. Guck mal, der Commander haut sich ein Schnitzel rein. Hat sich dann Schnitzel rausgeklaut. Das ist Level 30 der Dodo. Macht das was? Guck, jetzt frisst er. Oh Leute, das ist gut. Alter, was macht ein Gaskaster ab? Ich hab Schnitzel gemacht. Und meine Dios machen den Rest. Alter, will die abgehen. Jetzt weißt du Bescheid, wenn dir drei abends begegnen, ne? Ja, vorhin Maid boostet, ne? Hier ist da noch einer. Den kannst du auch kaputt machen. Fein theoretisch, ja. Ach man, wo ist denn der Dodo jetzt? Ach ne, der läuft wieder weg. Schade. Wir haben noch ein bisschen Halt. Fein gemacht, ja. Ist auch wieder ein Brontosaurus bei uns an der Basis. Oh, ich hab Metall gefunden. Da ist ein Elefant. Was? Mammut? Mammut? Ne, ne. Ach, schade. Oh, der ist aber lange im Koma hier. Sorry, ja. Wieder Abbrot. So. So. Hast du erledigt. So ein Hedge gebrochen. Ja, ich bin dabei. Bisschen Fleisch. Alter, die Musik, ey. Ich höre es jetzt gerade bei mir. Ich werde angegriffen. Was ist denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Jetzt, alles klar. Da haben die wieder gestoppt, die Tiere. Alles cool bei dir? Bei mir oder was? Ne, beim, ähm... Warten? Das ist irgendein Spucker hat mich angespuckt. Ja, meine Tiere. Meine Tiere sind jetzt auch gerade... voll dropplos reingegangen. So, Leute, ich hab Fleisch jetzt hier. Ohne Ende. Wo ist er? Hä, wo ist denn? Ach, da. Mensch, die Sie von... Die sind jetzt meine aus dem Gewirre raus. Ja, ich bin grad dabei. So, 25 Stück hat der gebracht. Also, da habt ihr das jetzt aber Dicke hier mit dem Raptor. Ja, er kommt zu langsam. Ja, das sollte Dicke reichen. 80 Narcos noch. Ja, sieht schon ganz gut aus. Da war echt deine Hilfe noch mit dabei. Jo, volle Ville. Warte mal, ich zähl hier gerade... Ich zähl hier gerade nur zwei, Frau, mein Kleinen. Wo ist denn der dritte dann? Oh. Aber den hab ich jetzt auch nur bekommen, weil ich, äh... mit Narkofallen auf den geschossen hab, ne? Mira? Ja. Ja. Lol, das ist deiner. Sorry. Wollte sagen, was machst du mit meiner Mira? Wo ist denn meine Dörte? Dörte steht da vorne noch. Ach da. Mensch, Dörte. Die immer Rörte. Ja, so ist das. Die gute Dörte. Die immer ja Dörte. Mein, eine und alles. Und ich hab'n Level Up. Oder ne, Dörte hat'n Level Up. Dörte, komm mal ja. Dörte, komm mal ja. Dörte brauchen movement speeds. Oh, Maid boosted hier. Zwei Stück Level 2, aber naja. Naja. Wir haben freie Bahn hier. Oh, jetzt komm mal langsam. Jetzt mach mal da langsam auf, kleiner Raptor. Jo, kleiner Raptor. Hast es bald geschafft. Bist einem guten Zweck gegen. Ja. Nahrungsergänzungssuche. Gleich haben wir ihn. Level 16, der braucht schon ein bisschen länger. Ja, aber dafür brauchst du den noch nicht, ne? Ja. Gleich hochleveln wieder. Ist das schon ziemlich. Kannst gleich losziehen mit dem. Boah, guck mal, wie jetzt macht er einen riesen Satz, hat er grad gemacht. Der Balken. Ja. Ja. Aber noch zwei, dreimal vermessen. Geh schon mal ein Stückchen an die Seite. Ah, das wird noch klein, wenn ich da war. Ja. Und jetzt wird's wieder hell, weißt du? Aber wir hatten ja nur minus 17, 18 Grad die Nacht. Da wird immer wieder hell werden. Mein schönes Holz, wofür ich meinen zweiten Stock ausbauen wollte. Verbrützelt da im Feuer. Ja. Guck mal, links neben dir, da hat einer ein Geschenk gelassen. Um Stein. Oh, geil. Ah, super. Und zur Form schön. Hm, das häng ich mir in die Wand. Und den nehme ich mit. Warte, den noch vollen ist so. Gleich ist es soweit. Ladies and gentlemen. Welcome to Raptor City. Welcome to Jurassic Arc. Oh, ein Feuerchen ist aus. Wer hat die Gasrechnung nicht bezahlt? Oh, anscheinend, oder? Ne. Gehen wir jetzt diesen Canyon gleich nochmal entlang? Oder haben wir jetzt erstmal Acker noch? Erstmal wieder nach Hause sammeln würde ich sagen, oder? Wieder auffüllen. Vielleicht füllen wir auf den Rückmicher noch was. Jetzt brauchen wir eh das Feuer nicht mehr. Ich hab mein Holz da mal rausgenommen. Ja. Jetzt kommt er gleich zu sich. Gleich ist er. Mal ein Stückchen weggehen. Vielleicht fattert. Jawoll. Boah, und übelst Musik wieder hier. Ja. Weiß nicht wieso, aber bei mir ist das total lase jetzt. Ich hab das auch heute noch. Hey, die Musik ist ja cool, aber die sollte man dosiert einsetzen können. Ja. Du kannst es ja noch so. Die ganze Zeit auch nicht. Aber jetzt irgendwie ist das doch leiser als sonst. Ja, ich kann es nur ausstellen oder anmachen. Wenn du jetzt anmach, dann ist es extrem laut. Ja. Oh, Gas Gas. Wo hängst du denn da jetzt? Komm jetzt. 10% effektivität gerade. Jawoll. Wieso hab ich denn jetzt den getamt? Ja, ne. Ich kann nicht benennen jetzt. Okay. You have tamed a Raptor, oder? Das ist nur der Erfolg. Ja, das kriegen wir alle, ja. Das kam bei dir auch, als ich nicht Ego gezogen hab. Cool. Seh da, ich sehe da wieder ein Dilo. Oh weia. Müsste auch nicht da vorbeikommen. Könnt' ich ja mal versuchen, das Allzug mitzunehmen. Okay. Sind alle wieder Startgleits hier. So, Gas Gas mit seinem Fuhrpark von 15 Raptoren hier. Boah. Wahnsinn. Da alle gar nicht mit. Doch, die kommen alle fein hinterher. So. Bis plus aufwärts wieder. Plus abwärts wieder zu dahin, wo wir kamen, ne? Mann, du witter. Oh, hier vorn ist direkt ein Dilo. Wo bist du denn schon? Bist du schon? Bist du schon wieder in die Bucht? Rechts, links von dir, links von dir ist ein, ist der. Der da, oder was? Der Kleine? Ja. Boah, die Sonne, die blendet, ey. Will den kaputt machen? Wieder fangen? Naja, fangen, tame, schlecht jetzt. Ja, lass uns erst mal wieder Bären holen, also im Farm und... Das ist halt ein Pflanzenfresser. Naja, Futter. Nein, hier, Narkotik, Bären. Ja, und wir müssen ein bisschen was anrühren auch. Ich hab dafür ja ein bisschen Gammelfleisch. Aha. Wo ist dein Saurier? Ich düse mal wieder nach Hause. Yo, danke für die Hilfe. Oh, hier sind so viel, so viel Pflanzenfresser. Eigentlich müssten wir... Leute, hier ist ein Koko. Was? Ein Koko. Vor uns, ein Koko. Oh. Komm, Gaskas, sag mal, was du drauf hast. Ja, komm, du willst ihn tamen, aber... Der legt sich grad... Der legt sich grad mit Triceratops an. Mit drei Stück. Ich glaub, der stirbt gleich. Ich glaub, wir gehen dran vorbei. Ja, Lieben, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir sehen hier gerade noch, wie das Krokodil von den Triceratops getötet wird, wahrscheinlich. Ähm, ja, schaltet morgen wieder ein. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Juntos. Oh-oh!" Oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh.